3, 2, 1, Schuss! Sauber, Attacke, Attacke, Attacke! Die haben das überlebt! Baller sie weg, baller sie weg! Ja, ich schieße schon. Oh Gott, ich habe schon ein bisschen... Mach das! Einer legt noch, einer legt noch neben dir. Oh Gott! Ich habe schon ein bisschen AP verloren. Er ist tot, er ist tot. Sauber, sauber, sauber. Jetzt stürm, stürm, stürm! Go, 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 Manuel! Go, go! Sind hier... Oh Gott, Vorsicht! Boah! Okay, ich muss hier vielleicht mal auf die andere Waffe wechseln. Was tun das? Boah! Ja, das war ich mit meiner Shotgun. Helfen muss ich nicht. Der Shotgun lässt Wände explodieren. Ja, ich habe halt so Shotgun-Munition. Okay, ich muss mal ganz kurz reggen. Ja, da ist doch einer. Oh, go! Nein, ich muss nachladen. Oh! Zweieinhalb Herzen. Oh, er ist tot. Alter Falter. Das war gerade ein bisschen knapp, mein Engel. Ich bin natürlich noch voll. Ich hatte ein bisschen... Hier, warte, ich gebe dir was. Okay. Nimm mal. Oh, danke. Das ist aber... Ich habe dir... Ich habe dir die Knütze geschmiert. Ah, so eine schöne Stulle, so ein Pausenbrot. Ey, wir können hacken. Warte mal. Guck mal. Wir können einfach von hier... Was ist hier? Ich sehe den Namen. Vielleicht kann ich auch von hier aus treffen. Oh, ich habe Geschenke. Ich habe Geschenke hier. Oh, wow. Ich snack ein. Ja, ich kann ihn von hier aus treffen. Ja, dann gib ihm. Wieso bin ich? Achso. Ja, ich habe ihn getroffen. Okay, perfekt. Ich gehe mal ganz kurz. Vorsicht. Geh ruhig. Einer davon ist tot. Der linke. Da kommen die P90-Skills. Da hinten ist auch noch einer. Okay. Oh. Kurz Waffe wechseln. Oh Gott, ich muss hier nachladen. Ja, ich würde aufpassen. Nicht, dass du da umzingelt wirst. Oh, dem habe ich gegeben, Daniel. Wer versucht denn da unseren Turm zu erklimmen? Quirky? Was? Geht ruhig hoch. Es ist alles frei. Ist er bei uns? Ich weiß es nicht. Aber zumindest ist er nicht in der Explosion im Stadion gestorben. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll. Aber ich... Okay, warte. Lass mich auch gucken. Es ist alles frei. Die sind nett. Oh. Hä? Rede mit ihnen. Es sind deine Freunde. Was ist denn mit ihnen? Oh, oh, oh. Ich habe mich aus Versehen angeschossen. Weil ich da... Ich wollte mich heiraten oder so. Ja, ich habe auch nicht mehr zu leben. Okay, ich habe den einen weggeschossen. Sauber, sauber, sauber. Oh. Ich bin... Oh, oh. Ich bin gerade hinten noch eingefallen. Ich bin eine Geisel. Komm ganz schnell hoch. Das ist jemand, den wir retten müssen. Nein. Doch, warte. Ich rette dich. Es ist ein Trick, wenn du... Nein, das ist eine Frau, die Hilfe braucht. Warte, ich kann... Ey, da vorne ist... Hier ist eine Waffe. Das ist einfach... Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ich nehme mein Goldabfühl. Habt ihr den einen? Warte. Oh, ich bin ganz schön umgezogen. Bergy. Bergy, peace. Hier, ich habe ein Schild. Er kann jetzt nichts anhanden. Lass die Geisel frei. Wer den einen weggehauen, den anderen auch? Der wegnehmen uns. Manu, was machen wir, wenn der Typ schon... Wenn Birger gleich schon wieder hier steht? Was sollen wir gegen ihn machen? Ihn anschießen? Oh, explodiert. Ich bin eine kleine Geisel, die Rettung braucht. Da ist schon wieder eine Frau. Warte doch, ich komme. Hilf mir, Manu. Hilf mir. Ja, ich hätte dich. Muss ich dahinter. Muss ich dahinter. Hallo, ich bin schon geil. Hilf mir. Manu. Manu, okay. Komm mal her, komm mal her. Ja? Manu. Ich weiß, du hast die Intelligenz nicht mit Löffeln gefressen. Ich muss dir etwas sagen, Meli. Was? Das ist nicht... Das ist keine Geisel. Das ist Bergy, der seine Stimme verstellt. Ich bin nicht eine Geisel. Oh Mann! Oh! Das sind zwei. Das ist einmal Bergmann und einmal die Geisel. Hörst du den Unterschied? Boah, wie viel Munition habe ich denn eingesammelt? Ja, hier ist so viel. Dann gebe ich einen guten Headshot. Lass mal rein. Lass mal rein. Jo, jo, warte. Ich werde mal gleich direkt hier mit der... Oh Gott! Er ist einfach runtergefallen. Oh, jo, jo, jo. Er ist tot. Hier ist aber noch ein anderer. Ja, ich hatte meine Shotgun. Wo ist der Typ? Ja, er ist. Okay, hier ist noch einer. Mach den mit der Glock platt. Ja, der andere da. Er ist tot. Okay, ich muss noch mal nachladen. Okay, ich snack einen Apfel. Oh, da ist noch einer! Oh ja! Warte, warte. Da, bei dir. Okay. Ich hatte kurzzeitig Angst. Hier hast du so in meine Richtung geschossen. Da hatte ich schon kurzzeitig ein bisschen... Warte mal, lass mich mal kurz vorgehen. Ich werde die wegfetzen. Womit? Hm? Hier ist nur einer. Kein Problem für dich. Bats! Deine Waffe, ne? Nee, da sind noch... Jo, da sind noch welche. Schieß sie weg! Sauber. Mann, ich will auch so eine... Oh, Hälfte leben. Okay, ich muss auch mal kurz hier so ein bisschen to the side. Langsam werde ich wirklich böse. Oh, oh. Ob die Geisel schon tot ist? Nein, Manu. Ich bin ganz oben. Oh, Alter, die klingt auch so geil. Oh, Gott, hier ist TNT. Keine Sorge, das TNT ist deaktiviert. Manuel, bitte. Du kannst mich nur retten, wenn du eine Redstone-Fackel neben das TNT stellst. Okay. Nein, Manu, Manu, Manu! Was ist denn da? Nein, er ist angeschossen. Manu? Alter. Hilfe. Manu? Manu, bist du hier? Hilfe. Alter. Du hast ein bisschen Blut verloren. Wie viel Blut habe ich denn verloren? Hast du noch all deine Sachen? Nee. Ey, bei mir ist das absolut kauf. Warum fehlt denn hier? Ach, Mann, ich habe aber... Alter, guck dir das an, wie das alles weggesprengt. Hilfe! Wie, wo kommt der denn her? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Warte, 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 lauf weg, lauf weg! Hilfe! Ich will dich nicht erschießen. Du hast, glaube ich, schon... Oh, genug... Gold, äh, Gold, sag ich schon. Er hat Eisen gedroppt. Warte mal, ich esse mal einen Goldapfel. Okay. Dann geht's doch wieder gut. Warte mal, da oben sind ein paar Leute. Habe ich doch die perfekte Waffe für. Warte mal. In den... Warte mal. Da oben ist eine Spinne auf einmal. Warte mal, ich muss mal mehr zur Seite gehen. Oh, von hier kannst du... Von hier aus kannst du die da oben richtig... Oh, yes. Oh, wie... Die schießen auf dich. Vorsichtig. Komm, die... Die sind unten. Guck mal, was da steht. Bats, den einen habe ich erwischt. Tönen sie die Skelette, schieß sie ab. Das ist eine Spinne. Nein, das sind... Das sind keine echten. Alter. Den hat es aber ordentlich zerrissen. Vorsichtig, vorsichtig. Ich stecke da genau in dir drin. Ja, das sind glaube ich ein paar... Dann noch einer. ...e paar verbrannte Leichen von der Explosion. Also ich meine, wenn wir jetzt nicht die Aufmerksamkeit der Illuminaten auf uns gezogen haben, dann weiß ich auch nicht mehr. So, ich kill... Hast du ein paar Blöcke, um uns da irgendwie hochzubringen? Ja. Sekunde. Okay. Lass mal hier hoch und dann... Ich gebe dir Glide-Shots. Hicke ich mich mal hier hoch. Bibibu, bibibu. Da oben sehe ich noch jemanden. Ne, das ist Blut, was da runter tropft. Ohohoho. Ey, so sieht das aus. Ganz vorsichtig. Lass mal kurz nach. Ups. Warte, ich habe auch noch ein paar Blöcke. Da bin ich mal kurz gestürzt. So, jetzt musst du mich back-upen. Pass auf mich auf. Ja, ja. Oh Gott. Ich höre schon wieder irgendwelche Monster. Komm hier hochbauen. Komm mal, bau dich rein. Genau. Grab dich rein, Benni. Grab mich rein. Ich gebe mal lieber hier zur Seite. Hier ist auch noch mal schnell ein Apfel. Ich weiß jetzt auch nicht, was uns da erwartet. So, Sekunde und... Ich habe aber ein ungutes Gefühl bei dem Ganzen. Jetzt komm mal rein. Burgi hat sich die ganze Zeit nicht mehr gemeldet. Oh, ich muss auf jeden Fall die P90 wählen. Denn die Shotgun, die könnte ein bisschen zu explosiv sein. Was denn? Das ist ein Zombie. Vorsichtig! Manu, 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 Manu! Waren kaputt, bitte? Burgi! Vorsicht! Manu! Manu, 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 Manu! Da ist Burgi! Nein. Das war ich nicht. Ist das eine Geisel? Manu, wir müssen unbedingt auf dieses Dach. Wir müssen hier weg. Ich habe keinen Bock mehr auf diese... Wow! Auf diese Welt. Die Überraschung. Oh Gott. Guck dir an, wie viele da noch sind. Oh, pass auf. Die ganze sind runterfallen. Die sind überall Löcher. Okay, okay, okay. Ich bleib vorsichtig. Zack. Aua! Hey! Sorry, Manu. Ich weiß, du hast schon viel Blut verloren. Ja. Gott, habe ich mich gerade erschreckt. Okay. Schaffst du es oder soll ich das lieber bauen? Nee, nee. Ich mach das schon. Früher in der Schule haben mich alle Bob der Baumeister genannt. Okay. Manu, bitte hilf mir! Da ist sie! Da ist sie! Vorsichtig! Da sind... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja warte, ich rette dich! Attacke, attacke, attacke! Wieso werden die denn nicht? Wie hatten die denn aus? Hä? Der hört sich gar nicht. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Er ist tot. Oh, da kommt schon wieder so eine komische Spinne. Ja, dann... Hä? Was sind das für komische Lakaien? Ich habe keinen Plan. Flappee haben die denn? Ja, richtig viel. Pass auf dich auf! Wieso bewegen die sich nicht? Warte mal, warte mal, warte mal! Warte mal, warte mal! Stop, 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 stop! Was denn? Vielleicht ist das nicht der richtige Weg. Sie tun uns nichts. Die Robo sch... Aua! Doch sch... Hä? Bist du vergiftet? Nee, ich habe Absorption... Wie? Okay, sie schlagen uns. Ich... Ich töte jetzt. Sie haben mich gerade angegriffen. Alter, ist die Waffe stark. Äh, damit bist du halt mega langsam. Alter! Okay, ich gehe schon mal ein bisschen weiter vor. Ja, ja. Vorsichtig. Okay. Hier ist alles safe. Hier sind Kisten. Wie krass hoch das Haus auch ist. Oh, hier sind noch mal Goldäpfel. Snackt ja auf jeden Fall welche. Ah, ja. Brauchst du eine M-Tar? Nee. Okay. Okay, dann nehme ich die mir. Ich höre TNT! Ich höre ich auch! Ich gehe... Oh, da... Boah! Es hat mich schon wieder... Vorsichtig! Zurück, 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 zurück! Da kommen welche, da kommen welche! Jo, 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 jo! Pass auf, pass auf! Alter! Wir müssen vorsichtig sein! Ja, ja. Die sind richtig gefährlich! Waren die das oder war das... Das hörte sich an wie TNT! Ja. Nein! Das war doch kein TNT! Ich möchte euch nur raten, das Haus jetzt schleunigt zu verlassen! Oh! Oh Gott! Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig! Lass sie genau runterkommen! Da ist doch einer! Okay, sauber! Genau, Manu, lass sie runterkommen! Bleib da einfach stehen! Ich bleib fisch! Oh! Das TNT! Er TNT! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ja! Ist aus diesem Haus! Oh! Hilfe! Oh Gott! Ich hab ihn nicht! Ich hab ihn nicht! Jo, jo, komm, komm, komm! Vorsichtig! Oh! Ich war gerade fast tot! Geht's dir gut, genau! Sonst lass mich mal vorgehen! Ja! Okay, ich sehe da einen, den kann ich vielleicht... Manu! Bitte hilf mir doch endlich! Warte, ich komm! Manu! Nein! Oh! Ich hab mir meine Beine gebrochen, schon wieder! Sind hier noch welche? Das war... Ey, was war das für eine gemeine Falle? Oh Gott! Hier, schon wieder TNT! Schon wieder! Ich hab schon wieder TNT gehört! Ja! Okay... Oh Gott, Alter! Warum sind denn hier mal Lücken, wo ich durchfallen kann? Okay, hier sind... Oh, ich sehe da oben noch richtig viele! Vorsichtig! Ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh Gott, was seid ihr denn für kleine? Hä? Oh, guck mal, wie süß sie sind! Was ist das? Das ist TNT! Das ist immer ein TNT unter uns! Und dann lauf, 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 lauf! Oh Gott! Hä? Wie... Die... Die... Die Viecher verfolgen mich! Wo bist du denn? Die schubsen einen auch richtig hart! Ich... Oh mein Gott! Ich glaub nicht, dass ich die... Die sollen wir die bitte besiegen? Dann... Lass uns... Lass uns hier irgendwie... Oh Gott! Hilfe! Ich esse einen Apfel! Ich esse einen Apfel! Sonst lock die zu mir! Lauf weg, lauf weg! Ich baller die einfach weg! Ich renn, ich renn! Lauf, 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 lauf! Ich bin um, ich bin um! Jo, ich hab... Ich hab die einfach weggeballert! Mit der Shotgun! Ah, stimmt! Das ist optimal! Oh Gott! Mit der Waffe! Okay, ich lauf nochmal weg hier! Geht's dir gut? Ja! Alter, das sind... Ich bau dir mal was hin, dass die noch hin kann! Die haben ihren Namen auf jeden Fall zurecht! Diese Parasiten! Junge! Ich bin... Was? Bin ich vergift? Nee, bin ich nicht! Ich schlau mich aber wieder! Kann ich die nicht einfach totboxen? Alter! Ich will nicht aus dem Fenster hier rausfliegen! Stimmt! Wenn man die... Oh, hier sind noch mehr! Warte, aber ich... Alter, immer trifft die aber nicht! Nee, man macht auch irgendwie kaum Schaden... Ich hab keine P90-Munition mehr! Drei Mal muss man die tragen! Tragen? Äh, schlagen! Wegen deiner... Aussage eben! Ah, ich hab aber ein Paar! Die kann man echt nicht treffen! Was sind denn das für Viecher? Ich weiß es nicht! Komm hoch! Komm hoch! Okay, okay, ich komm hoch! Okay, okay, sorry! Na komm, jetzt verwirrt der kleine Fratz! Okay, das... Was geht hier ab? Vorsichtig! Ist hier irgendwas? Guck mal nach... Nach Kisten oder so? Ach so! Haben wir... Ah, warte mal! Haben wir da unten eigentlich alle Kisten gelootet? Ich hab keine Ahnung! Ich muss nochmal ganz kurz... Das war so panisch eben! Oh man, ich hoffe da war jetzt nichts! Ich leg es drin! Ich geh nochmal hier nach oben! Boah, hast du Essen? Oh, da ist jemand! Vorsicht! Gibt ganz viel Essen für dich! Hier, nimm! Danke! Nee, ich hab wirklich... Ich hab wirklich fast einen Stack! Oh Gott! Vorsichtig! Oh, was ist das denn für eine Maschine? Boah! Alter, was... Die Schuss, der abfeuert! Ja! Ich hab richtig kassiert eben! Ich muss kurz nachladen! Der, der stürzt aus dem Fenster! Ja, der schieß ihn aus dem Fenster! Ja! Er ist rausgeflogen! Okay! Ob er tot ist? Oh! Hier ist noch einer! Ich schieß den auch da! Oh! Ja, ja, ich... Und er ist unten! Sauber! Nice one! Alter! Wie man die da rauskicken kann! Meine... Waffe schießt automatisch! Kickerwaffe? Hm? Wir sind fast ganz oben! Warum ist denn da Lava? Warte mal! Ich will noch mal kurz unten in die Kisten reingucken! Nicht, dass wir irgendwas vergessen! Du hast... Hast du nicht gesehen, was da war? Lava! Ach, und das... Das ist ganz normal, oder wie? Bin ich der Häuslebauer? Aua! Jetzt sind hier wieder diese kleinen Viecher! Warte mal... Ha! Hier sind neue Monster! Töte sie! Hilfe! Ich werd von beiden Seiten genudelt! Dann, dann, dann... Lauf! Lauf wieder zurück! Ich muss hier auch kurz die Parasiten irgendwie... Ja, 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 ja! Okay, ist egal! Ich... Ich komm nach oben, Manuel! Ich komm nach oben! Okay! Pass doch mal auf! Die... Die Typen... sind irgendwie wieder nach oben gekommen! Okay, warte! Ich brauch jetzt hier irgendwie ein paar Blöcke! Oh, oh! Noch ein Goldaufel! Oh Gott, Alter! Hier... Hier gab's ne riesige Explosion! Warst du das? Nein! Oh nein! Hahaha! Viel Spaß, Leute! Zwei Minuten noch, dann fliegt das ganze Haus in die Luft! Vereilt euch lieber! Go, Manu! Go, 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 go! Warum sollte das passieren? Junge, weil er fricken TNT hat und was weiß ich noch was! Go! Komm, 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 komm! Raus! An den allen vorbei! An den allen vorbei! Okay, okay! Komm, 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 komm! Ja, und jetzt? Wir bauen uns... Irgendwie... Ja, aber jetzt... Fließt das nicht? Nee! Oh Gott! Ja, warte, warte! Aber wie kommen wir dann hier... Da ist TNT! Vorsicht! Oh! Wir müssen da irgendwie... Oh Gott! Es wurde gezündet! Oh Gott! Runter, 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 runter! Das war's! Oh Gott! Ich werd angeschossen! Jo, ich auch! Ich hab richtig HP verloren! Ich auch! Ich hab den einen hier einfach mal runter geschossen! Die Lava fließt! Jo, ich seh's! Ich seh's! Lass deine Lava vorbei! Go, go, go! Warte, warte ich! Hast du Blöcke? Ja, komm hier hoch, komm hier hoch! Da oben ist die Decke! Komm, komm, komm! Also das Dach! Ah! Okay! Ich bin auf dem Weg! Okay! Warte, ich geh kurz! Zack! Hier ist kein Teleporter! Manu, hier ist kein Teleporter! Manu, was machen wir jetzt? Hallo, Palle! BANG!